hallo leute herzlich willkommen zurück zur titanic rms titanik ich dachte mir ich mache so ein 2 3 part raus und ja ihr seht ja schon dass die titanik gerade noch mehr am sinken ist ich lasse das gerade noch so ein bisschen damit wir hier noch mal gucken können wieder hier ein bisschen untergeht und danach oder geht schon ein rettungsboot runter weil sie zu schauen die titanik singt schon ganz schön hart aber ich bleibe noch darauf auf und schief mit meinem ticket und meiner life jacket woran erkennt man nicht dass dieses schiff hier untergeht das will ich immer wissen naja hier ist eigentlich gleich schon wasser drauf kommen ich bleibe einfach mal draußen hier drauf stehen und was macht der ich habe einen risk man das war knapp noch mal risk oh 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 ich kriege hier ganz schön viel risk ich kriege hier ganz schön viel risk oh oh die titanik geht doch gar nicht unter was habt ihr denn folgen leute ich kann gleich vom schiff springen na dann kann ich hier wieder hochkommen das ist schon plus zwei risk ich werde mal wissen wie das hier unter wasser aussieht ich komme hier noch mal auf dem schiff rauf ich warte nur ganz kurz bis er etwas weiter unter wasser ist das ging schnell ich komme hier gleich noch mal hoch so sieht das unter wasser aus das ist klar come back and say it ok was soll ich denn sagen keine sorge leute gleich kommen wir wieder hoch jetzt müssen wir wieder drauf kommen game broke auto regenerating ok no risk no fun ist klar die titanik geht unter dir geht die sonne wieder auf was regeneration warblocks rita hä wieso regeneration wieso tust du das danke dass du mich hier runter saufst war das alles klar kann man mal jemand sagen wieso das hier regeneriert nein leute das ist gerade vor die kack der nacht ok leute das war's für dieses video ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss das war's für die kack der nacht das war's für die kack der nacht nicht ganz kr constituents das war's für diese kack das war's für das war's für die kack